Wie wird das VC Repertorium genutzt? Um auf das VC Repertorium zuzugreifen, klicken Sie hier rechts oben auf Repertorium. Das Repertorium öffnet automatisch in einem neuen Browserfenster. Um im Repertorium zu suchen, klicken Sie auf irgendein Repertoriumskapitel, um seinen Inhalt zu sehen. Klicken Sie hier links auf diesen Pfeil, um in die Arzneimittel dieser Rubrik zu sehen. Diese Zahl hier am Ende jeder Rubrik zeigt die Anzahl der Arzneimittel an, die in jeder Rubrik vorhanden sind. Die Rubrik hier in blau sind, was wir als Kreuzreferenzen bezeichnen. Rubriken, die eine ähnliche Bedeutung haben, zum Beispiel Gemüt, Furcht, Menschenmenge in einer, ist eine Kreuzreferenz zur Rubrik Gemüt, Agoraphobie. Rubriken mit einem doppelten Pfeil, hier rechts, beinhalten Unterrubriken. Klicken Sie auf diese Rubrik, um die Unterrubriken zu sehen. Um zur Hauptrubrik zurückzukehren, klicken Sie hier auf den blauen Pfeil. Wenn Sie zur Liste der Repertoriumskapitel zurückkehren möchten, können Sie auf dieses blaue Buchsymbol klicken. Ein Online-Wörterbuch, eine Übersetzungs- und Nachschlagehilfe für das Repertorium. Um die Suche nach Repertoriumsbegriffen und Formulierungen zu erleichtern, können Sie das VC-Online-Wörterbuch, die Übersetzungs- und Nachschlagehilfe für das Repertorium nutzen. Auf der Seite Mein Kompass klicken Sie auf den Tabulator Repertorium. Sie können auf die feinsten Internet-Wörterbücher und Übersetzungsmodule zugreifen. Klicken Sie einfach auf den Pfeil links von jeder Rubrik, um die Arzneimittel einzusehen und dann klicken Sie auf das Informationssymbol neben dem Rubriktext. Das VC-Wörterbuch, die Übersetzungs- und Nachschlagehilfe, ist sehr einfach zu nutzen. Klicken Sie dann auf das gewünschte Wörterbuch oder die Online-Übersetzung und wählen Sie den Begriff oder die Begriffe aus. Finden Sie Begriffe des Repertoriums in den VC Materia Medica Büchern und George V. Zulkas Notizen. Sie können auch jedes Repertoriumswort in der George V. Zulkas Online Büchersuche finden. Wie Sie die Suchfunktionalität nutzen Um nach einer Rubrik zu suchen, geben Sie einige Schlüsselwörter der Rubrik, die Sie suchen, hier oben in das Suchfeld ein. Beginnen Sie, den Suchbegriff hier einzutippen. Nach den ersten drei Buchstaben gibt Ihnen die Funktion der Autovervollständigung eine Liste aller Begriffe, die mit diesen Buchstaben beginnen. Zum Beispiel, nehmen wir an, wir suchen nach Verlangen, Süßigkeiten. Wenn Sie die ersten vier Buchstaben des Wortes Verlangen eingeben, erscheint eine Liste mit Begriffen, die mit diesen vier eingegebenen Buchstaben beginnen. Wählen Sie bitte Verlangen. Dann geben Sie in das Suchfeld den Begriff Süßigkeiten ein. Klicken Sie auf Suche oder drücken Sie Enter. Hier sind die Ergebnisse Ihrer Suche. Um Ihre Suchergebnisse zu filtern, geben Sie die gewünschten Buchstaben oder Begriffe in das Suchfeld ein, ohne auf Suche zu klicken. Die Ergebnisse Ihrer Suche erscheinen in einer Liste und sind nach Relevanz zu Ihren Suchbegriffen sortiert. Bitte beachten Sie, dass die von den VC-Nutzern meistgenutzten Rubriken ganz oben auf der Ergebnisliste erscheinen, entsprechend den Ergebnissen aus der statistischen Analyse evidenzbasierter Daten. Die Suchergebnisse können auch Synonymergebnisse der eingegebenen Begriffe beinhalten. Zum Beispiel, wenn nach Symptomen mit dem Begriff Trauer gesucht wird, erscheinen im Suchergebnis Rubriken, die diesen Begriff beinhalten, wie Gemüt, Betrug, Verursacht, Trauer und Demütigung. Aber auch Rubriken, die synonyme Begriffe zum Begriff Trauer beinhalten, wie Gemüt, Erregung, Nach Traurigkeit oder Gemüt, Kummer. Klicken Sie auf dieses Symbol hier neben dem Suchfeld, um die evidenzbasierte Informationsfunktion zu aktivieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden Symptome, die nie zuvor von VC-Nutzern genutzt wurden, in einer helleren, grauen Farbe angezeigt. Klicken Sie wieder auf das Symbol, um die Funktion zu deaktivieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017